Ach du Scheiß, auch noch Kampf-Heli, Alter. Wir wollen nämlich dir zur Strecke bringen. Okay, ich nehme doch gerade nochmal die AK. Okay. Ganz ruhig. Das kann tricky werden. Holy shit. Was ist das für eine Waffe? Drei Schuss. Holy shit. Was ist das für eine Waffe? Das ist ja eine richtig chillige Waffe. Was ist das für eine Waffe? Okay. Was ist das für eine Waffe? Okay. Was ist das für eine Waffe? Oh nein. Oh nein. Warum muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Naja, weil er es einfach wert ist. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Ja, hallo? Und das ist also der Schlüssel? Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ah, ich hab keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazarevich nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh da rauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist, ähm, eine gute Idee. Na dann komm. Jep. Kann man sich ja mal schon mal vertun. Wow. Mensch, Schätzchen. Ich hole mir gerade noch Munition. Okay. All right. All right. Jetzt, wir suchen einen anderen Weg. Natürlich. Ja, vielleicht. Vielleicht. Moment, Moment. Ach, hier. Kann ich. Die ganze Zeit über Schilder gekraxelt und jetzt plötzlich finde ich es nicht mehr. Ich kann von dir das Hotel sehen. Ja, ich weiß. Sind fast da. Oh, Chloe. 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 Ganz ruhig. Ich weiß. Ich weiß. Zeig dir! Fuck. Klo, ich komme. Ich mach dir auf. Wo bist du denn? Ach, da bist du, ne? Zurück! Na, jetzt geht's los. Ich pass auf. Na bitte. No! Hilf mir mal. Ich glaube, ich komme an die Leiter. Jo. Komm an die Leiter, bitte. Chloe. Hilf mir. Oh Mann, viel zu schön, um sich draufzusetzen. Ach, Nate. Sag nicht, ich würde nichts für dich tun. Du hast jede Menge für mich. Ja, und hier werde ich kurz mal eine Pause machen. Beziehungsweise mich kurz von euch verabschieden und dann werde ich gleich vielleicht nochmal ein bisschen was aufnehmen. Denn hier werde ich das Spiel speichern. Speichert. Ja, sehr schön. Okay, und werde ich euch jetzt auf Wiedersehen sagen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Channel dann mit ihr Teil meiner Community werdet. Ansonsten teilt vielleicht noch das Video auf sozialen Netzwerken, wenn ihr Lust habt und noch wollt, dass meine Community größer wird. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!